In Südkorea ist der Samsung-Chef gestorben, hat ein gigantisches Erbe hinterlassen, weil logischerweise der Typ war ziemlich reich. Jetzt geht dieses Erbe, dieses gigantische Erbe, halt an seine Kinder. Das Interessante hierbei ist jetzt, dass nicht das ganze Erbe an seine Kinder geht, weil in Südkorea gibt es eine Erbschaftssteuer. Deshalb mussten die Erben des Samsung-Chefs insgesamt circa 9 Milliarden Dollar an Erbschaftssteuer zahlen. Die Quizfrage, was tun die Samsung-Erben? Gehen sie vor Gericht oder versuchen sie irgendwie ihre Steuerlast zu mindern? Gründen sie irgendwelche schwindelige GmbHs oder Vereine oder Stiftungen, um das irgendwie am südkoreanischen Fiskus vorbeizuschleusen? Nein, die zahlen das. Zahlen das sogar gerne. Sie haben gesagt, nein, wir haben ja nichts für dieses Geld getan. Deshalb ist es nur logisch, dass wir darauf besteuert werden. Und sie haben ja immer noch mehrere Milliarden, also arm wären sie schon nicht. Mit diesen 9 Milliarden wird jetzt das südkoreanische Gesundheitssystem einfach verbessert. Sehr viel geht in die Forschung, sehr viel geht in Schulen, sehr viel geht in Museen. Und die südkoreanischen Samsung-Erben so, ja, wir sind ja immer noch steinreich.